BAMS! Äh, ich weiß nicht, wo ich lang muss, damit ich... Also, ich hab gesehen beim Let's Play von Cass, dass hier irgendwo mal ein Dings liegen sollte. Ähm, ein E-Tank. Versteckt da. In irgendeinem dieser Teile. Na komm, mach auf. Mach den Mund auf. Ich kann hier sogar dann... Ich kann sogar vor dir abhauen, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Ich könnte ja jetzt einfach mal... Nein, ich hätte da hinten lang gehen sollen. Und ich komm jetzt nicht mehr hier weg. Na jedenfalls, ich werd mal ein E-Tank schon benutzen, weil ich hab keinen Bock nochmal dann von vorne übergehen zu müssen. Äh, nein, nicht von vorne, aber... Upsa. Upsa. Ein Glück. Hoppa. Ja, genau so. Oh, war das gut jetzt. So. Ja, ich glaube, da hinten wäre dann wohl der E-Tank gewesen, den ich gebraucht hätte. Na, oder nicht vielleicht gebraucht, aber... Au! Ja, vielleicht brauch ich doch irgendwie sowas. So, hopp. Das ist nichts Neues. Ich probier's mal mit Anlauf. Hopp. Rein. Ja, direkt reingefahren. Schön. Diese Stage scheint mir also nicht ganz so Probleme zu machen, wie gewisse andere. Ringman. Na. Hoppa. Okay, bisher sieht's gut aus. Autsch. Autsch. Shit. Haha, es geht. Jetzt weiß ich wie. Autsch. Aber hier nicht. Nein, ich bin schon tot. Das gibt's doch nicht. Die machen Schaden. Die machen doch nie etwas Schaden. Alter. Die sind ja doof. Naja, wenigstens... Ich kann jetzt wenigstens mir einen E-Tank zurückholen, wenn das stimmt, was ich gehört hab. Autsch. Autsch. Ja, das war geplant. Ja! So. Wenn, dann... Voll Leben und so. Upsa. Voll das Leben. Uiuiui. So, jetzt kommt der wieder dran. Diese komische... Uuuh. Diese Ultraschallfresse da. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Au. Böses Meetool. Böses Meetool. Böse. Böse. Geh auf. Böse. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Braucht dieses Meetool lange. Um mal zu kapieren, dass es aufgehen soll. So. Jetzt hier. Hier soll angeblich irgendwo ein E-Tank sein. Oh Gott. Ich verstehe schon. Da muss einer sein irgendwo. Ah, nein, nein. Ich mach so. Ich mach so. Ich mach so. Dann mach ich so. Äh, ja. Ich... Achso, warte mal einen Moment. Der E-Tank war in der... Auf leicht war einer da. Haha. So. Die gehen ja trotzdem aus. Cool. So. Wusch. Haha. Drüber. Okay. Wie es aussieht. Hier haben wir keinen E-Tank. Nirgends. So. Dann werde ich diese Spinne da kaputt machen. So. Und jetzt werde ich überspringen. Ey. Wieso tut der sowas? So. Und jetzt bin ich wieder hier. Und das ist schlecht. Autsch. So. Hoppa. Me too. Ich überspring dich. So. Wie es aussieht. Wäre ich jetzt wohl bei dieser Stage. Äh. Äh. Bei diesem Boss. Äh. Mit... 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 Autsch. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Okay. Ringman. Na, wenn ich wenigstens treffen würde. Au. Was? Schon? Die machen aber echt zu viel Schaden, oder? Die machen mehr Schaden als sonst. So. Fies. Fies von denen ist das. Egal. Ich werde es trotzdem schaffen. Hopp. Und wenn es unter Einsatz von... Blöden E-Tanks ist. Oh. Mein Bass. Der guckt so grimmig. Er will endlich zerstören. Baaah. Man sieht es ihm an. Hopps. Hopps. Naja. Schade, dass ich mich nicht durch Wände schießen kann. Echt. Das ist so... Das ist so ein Dreck. Hm. Ich will durch Wände schießen. So. Jetzt warte ich, bis es aufgeht. Ha. Es ist aufgegangen. Sein Pech. Hopps. Ich kann ja mal gucken, was hier ist. Ich gehe ja gern schwerere Wege. Aber irgendwie war der jetzt nicht schwer. Au. Doch. So. Komm. 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 Ich zeig's dir. Ja. Ich schieße dir dein Schild weg. Haha. Yeah. Das macht Spaß. Das macht Freude. Das ist schön. Ah. Ein Leben. Ein Leben. Ein... Mein Leben. Und da bin ich schon durch. Und hopp. Und diesmal schaffe ich's. Wehe nicht. Wehe, wenn nicht. Dann bin ich ganz doll doll traurig. Das wollt ihr doch nicht, ihr Archivviecher. Wer ist der Erste? Der da. Okay. Lame Man. Oder wie der heißt. Wenn ich mich recht entsinne. Oh Gott. Ich stelle mich schon wieder an. Nein. Nein. Ich stelle mich an. Ich stelle mich richtig an. Nicht richtig. Hopp. 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 Und du bist weg. Du bist weg. Nein. Er ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Und der ist auch weg. Hey geil. Nur ein Treffer braucht dich. Cool man. It's cool man. So. Ah. Apropos ein Treffer nur noch. Wenn ich noch ein bisschen was abkriege. Dann bin ich auch weg. Hopp. 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 Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Aha. Ich habe mich auch wegbekommen. Wusch. Nein. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So. Oh nö. Jetzt wieder Spinnenalarm. Okay. Sieht schlecht aus für mich. Ich glaube ich werde wieder einen E-Tank brauchen. Moment. Da hinten ist was. Äh. Wie soll das. Ich weiß wie es gehen soll. Glaube ich. Yeah. Wusch. Haha. So geht's. Mir gleich viel besser. So. Upsa. 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 Wieder ein Leben bekommen. Hopp. Passiert hier was Schlimmes? Nein. Noch nicht. Boah. Das war jetzt nicht so gut gesteuert von mir. So. Jetzt. Bams. Und durch. Haha. Äh. Nein. Nicht sowas. Nicht sowas. Ich hasse die. Ja. So. Und. Ha. Noch gekriegt. Äh. Ja. Hier komme ich jetzt irgendwie nicht so weiter. Oh man. Moment. Moment. Kommt noch mehr davon. Bringt mir der Watershield was irgendwie. Ja. Jetzt sind keine mehr da. So. Und die Dinger müssten normalerweise auslaufen. Während ich hier. Hups. Hoppa. Hoppa. Na egal. Ich kann auch so schießen. Zack. So. Jetzt. Jetzt wird gehüpft und geschossen. Sehr hübsch. Sehr hübsch von mir hier. Meine Hübsch und Schießeinlage. Und ich glaube. Ich sollte jetzt das tun. Weil. Genau darum. Haha. Ich. Habs mir nicht gemerkt. Ich dachte mir nur. Es wird wohl so sein. Ups. So. Erstmal geh ich hier lang. Und damit ich weiß. Wie weit. Kehr der überhaupt. So. Es war sehr. Es hätte nicht sein müssen. Wie es aussieht. So. Jetzt mach dich fertig. Dich. Auch. Und ich krieg ne Schraube. Yay. Oh Gott. Hm. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Ich mach das so. Hier kann er mir nix. Yay. So. Damit krieg ich das nicht kaputt. Also. Wär ich. Bock springen. Ah. Nein. Doch nicht. Haha. So. Jetzt werd ich ganz einfach. Ganz einfach. Sterben. Ja. Ich werd sterben. Ich werd sowas von drauf gehen. Sag ich euch. Denn. Ich hab keinen Bock. Irgendwie nen E-Tank zu benutzen. Wenn ich nicht muss. Autsch. Wow. Fuck. Fuck. Wow. Autsch. Das Ding sollte ich am besten mit einem. Äh. 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 Dash Jump überspringen. Wie es aussieht. Dann hab ich. Zumindest hab ich dann mehr Zeit zum reagieren oder so. Äh. Oder dann ist es präziser. Weil. Man muss ganz schön. Äh. Ganz schön genau springen. da rein. Ups. Autsch. Aha. So. Und jetzt kommt er. Und hopp. Und hopp. Oh fuck. Oh Backe. Oh Backe. Oh man. Wie lange braucht der denn? Zack. Ha. Wieder einer. Fertig. Oh man. Mach schon. Stirb. Haha. Das war's schon. Ich hab. Naja. Ich hab zwar ein Leben verloren. Aber keinen E-Tank. So schwer war das jetzt gar nicht. Ich hab mir echt mehr darunter vorgestellt. Mano. Aber es kommt ja noch irgendwann der Block Devil. Und dann. Dann freuen wir uns alle. Oh mein Gott. Was ist das? Sag mir nicht. Ich hab. Habe. Dieses. Bekloppte. Äh. Robo Enza. Zeug bekommen. Oh mein Gott. Treble. Blub. Was hat er ihm denn gegeben? Wir müssen. Gehen. Und. Diesem alten. Koch. Eine. Lektion erteilen. Die ihr nicht so schnell vergisst. Hä? Wieso? Koch. Wieso? Dr. Wiley ist kein Koch. Da müsste er ja Chefkoch Wiley heißen. Wieso?